Mr. Hamilton? Und gefällt dir, was du siehst? Peter, warum sollte jemand unbedingt wollen, dass du stirbst? Wovon redest du bitte? Code 8227. Bestätigt. Subjekt wurde eliminiert. Ich weiß, du magst Ava. Aber sie ist eine Gefahr. Nein, nicht sie. Sie ist eine unserer Besten. Ich habe sie rekrutiert und ausgebildet. Sie redet mit den Zielpersonen! Ava? Alles gut. Versprochen, wirklich. Sei vorsichtig. Das Management wird ein Auge auf uns werfen. Du hast etwas Böses getan. Sie hätten mich sonst nicht geschenkt. Wer war verantwortlich? Das Management hatte nichts damit zu tun. Das glaubst du doch selbst nicht, Hugh. Du verstößt ständig gegen das Protokoll. Ich habe um deine Hand angehalten und du verschwindest einfach für acht Jahre? Sie war schon immer Dukes Liebling, ist aber eine tickende Zeitbombe und gefährdet die Organisation. Ich will sie tot sehen. Bringt mir einen Zahn oder Finger, mir egal. Ich habe dich gewärmt. Ich kann dich nicht ein zweites Mal beschützen. Du musst den Tötungsauftrag widerrufen. Du weißt, ich kann das nicht. So läuft das Geschäft. Ein schöner Tag zum Sterben, Ava. Verstarkt die Schutzmaßnahmen um meine Familie. Du weißt, ich hab einen conocer. Du weißt, dass wir sicher sound und wie zu sehen, dass du untertitel spruchstig geht. Aber du denkst. Und da Director von DuTT